Es ist so, dass man dafür gesorgt hat, dass euer Verhalten über diese Zentralbankwährung steuerbeißt. Es ist eine Sache, die ein Habeck gefordert hat bei den klugen Stromzählern. Man muss einschränken können, wie der Strom ausgegeben wird. Man muss das Ganze von oben beschränken können. Aber es ist nicht das einzige Problem, was wir haben. Es ist das, was amerikanische Zeitungen gesagt haben. Es wurde gesagt, Europa ist ein Museum. Es ist so, dass hier kein technologischer Fortschritt mehr herkommt. Aber hier liegt immer noch ein Großteil des Vermögens. Und das sind Dinge, die wir jetzt sehen. Es sind Dinge, die rechtlich vorbereitet wurden. Das Lastenausgleichsgesetz, ihr alle habt das mitbekommen. Es war vor drei, vier Jahren wurde das Gesetz geändert, dass man das weiter einführen kann. Und es ist aber jetzt auch, dass man das Bargeld angreift. Das heißt, falls es so ist, dass Europa Reserven hätte, dass es eine gewisse Art von finanziellem Reichtum hätte, dann hat man jetzt alles getan, um das angehen zu können. Und wenn wir darüber sprechen, nochmal, dann haben wir das gehört. Man wird alles einschränken können. Man wird Strom rationieren können, Flüge essen. Es ist so, dass unter anderem dann das verschiedene Mechanismen geht. Und der Mechanismus wurde euch auch vorgestellt, mit dem man dann Probleme behandeln kann. Probleme, die uns vorgestellt wurden. Gibt es eine andere Lösung? Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, wir haben so viel bisher getan. Wir haben unter anderem in Südeuropa so viel Hilfe geleistet, dass wir gar nicht mehr da rauskommen. Es ist so, dass die südeuropäischen Länder, Italien, Griechenland, die sind so stark verschuldet, dass es keine andere Möglichkeit gäbe, dagegen vorzugehen, ohne dass man diese Länder pleite gehen lässt. Ich glaube, wir haben das in der EU gesehen. Es geht darum, dass man ideologisch diese Länder mitziehen möchte. Deswegen sehe ich das nicht. Und die Frage, die jetzt kommt, ist damit, welche Gesetze werden eingeführt? Wie erkläre ich das einer Generation? Und hier ist der Punkt, der mich schockiert hat, weil ich so wenig Gegenwehr gehört habe.